Was braucht die Ukraine? Russland hat in Kharkiv eine neue Front eröffnet. Die Ukraine musste sich von ersten Grenzorten zurückziehen. Für den Moment sind die Russen mehr oder weniger gestoppt. Klar ist jedoch, dass die Ukraine noch viel, viel Hilfe benötigen wird, wenn sie in diesem Krieg bestehen will. In diesem Video wollen wir analysieren, was die Ukraine für eine gesicherte Zukunft benötigt, selbst wenn sie nicht als Sieger aus dem Krieg hervorgeht. Dieses Video wird von MyHeritage gesponsert. Als jemand, der Geschichte studiert hat, liegt es nahe, dass ich mich auch für diese interessiere. Damit natürlich auch für die eigene Familiengeschichte. Bevor ich mich bei MyHeritage angemeldet hatte, wusste ich von meinem Ururgroßvater nur, dass er Professor Gombert hieß. Es war hier auf MyHeritage, dass ich seinen Namen endlich kennenlernen konnte. Karl Johann Albert Gombert, Wo seine Tochter, meine Urgroßmutter Clara, geboren wurde, Königsberg, und wo sie geheiratet hat, konnte ich ebenfalls hier finden. Meinem Vater sagen zu können, dass ich das über seine Großmutter herausfinden konnte, war ein wirklich tolles Erlebnis. Doch damit nicht genug. Mein Stammbaum enthält bereits 45 Personen. Ein guter Teil, ohne dass ich überhaupt von ihm wusste. Nach nur einer Stunde weiß ich inzwischen bereits von der Existenz eines Ur-Ur-Urgroßvaters mit Namen. Oh, hier wurden neue Familienangehörige gefunden? Mit einem einfachen Klick sind es jetzt plötzlich 85 Menschen in meinem Familienstammbaum. All das habe ich durch MyHeritage gefunden, dank ihrer Datenbank mit 19,6 Milliarden historischen Dokumenten. Hier lade ich das Foto der Eltern meines Vaters hoch. Jetzt ist das Bild fertig und ich kann es sogar animieren. Wenn Sie sich auch dafür interessieren, dann können Sie mit dem unten stehenden Link ein 14-tägiges Probeabo abschließen. Auch wenn die USA vor einigen Wochen endlich das Gesetz zur Unterstützung der Ukraine mit einem Volumen von über 60 Milliarden US-Dollar beschlossen haben, so ist dies alles andere als eine dauerhafte Perspektive für das Land. Russland will das Land unterwerfen, während die überwältigende Zahl der Ukrainer eine Mitgliedschaft in NATO und der EU wünscht. Die frische Offensive der Russen scheint für den Moment ihr Momentum verloren zu haben und ist wohl weitgehend liegen geblieben. Natürlich, Russland kann noch einmal Reserven nachschieben, aber für den Moment ist die Situation stabil. Allerdings muss man sich dennoch eingestehen, dass sich die Ukraine gerade nicht auf der Siegersstraße befindet. Für einen Sieg der Ukraine wären langfristige Hilfen notwendig in großem Umfang. Dies ist aktuell nicht zu sehen. Die USA haben zwar dem Transfer von F-16 erlaubt, liefern selber aber bislang keine. Jetzt ein Paket von 60 Milliarden wird für dieses Jahr den ukrainischen Bedarf decken. Ob es aber 2025 noch einmal so ein Paket gibt, steht in den Sternen. Es wirkt aktuell sogar unwahrscheinlich. Dabei muss die Frage erlaubt sein, ob selbst dieses Paket überhaupt dazu ausreicht, der Ukraine einen Sieg zu ermöglichen. Aktuell hat ja noch nicht einmal die nennenswerte Produktion an militärischem Großgerät für die Ukraine begonnen, von Flugabwehr und Artilleriemunition abgesehen. Ohne ernsthafte Bestrebungen, die Ukraine nicht nur mit dem Allernötigsten im Moment auszustatten, sondern ihre Versorgung langfristig zu gewährleisten und ihr eine möglichst schnelle materielle Überlegenheit zu ermöglichen, wird eine Rückeroberung des ukrainischen Territoriums, inklusive der Krim, zur reinen Fantasie. Auch Russlands Depots werden nicht ewig reichen und ab Ende 2025 sollte sich dies langsam an der Front bemerkbar machen, indem dort weniger Großgerät erscheint. Wenn man akzeptiert, dass der Krieg noch länger dauern kann, dann hat die Ukraine ab dann definitiv realistische Chancen auf einen Sieg auf dem Schlachtfeld. Wenn der Westen ernst macht. Wenn. Wenn die Ukraine aber nicht entsprechende Materiallieferungen erhält, um den Krieg mit militärischen Mitteln zu gewinnen, indem sie die Russen aus dem Land wirft, kann weiterkämpfen als Selbstzweck kein Konzept sein. So muss man fragen, wie denn ein Frieden gefunden werden kann, der nicht mit einer ukrainischen Kapitulation endet. In diesem Video wollen wir einmal dieses unbequeme Thema ansprechen. Nicht, weil es zwingend der wahrscheinlichste Kriegsausgang ist, sondern weil auch eine Vorstellung über einen schlechten Ausgang bestehen sollte, wie dieser denn aussehen könnte. Auch wenn ich hier einmal mehr betonen möchte, dass ein militärischer Sieg der Ukraine weiterhin eine realistische Option ist, sehe ich die dafür notwendigen Schritte in den westlichen Industriemächten aktuell noch nicht. Wenn wir also davon ausgehen, dass diese pessimistische Sicht Realität wird, was ist dann eine Option für die Ukraine? Sobald ein militärischer Sieg zunehmend unwahrscheinlicher wird, muss man der Wahrheit ins Auge sehen und eine Alternative suchen. Erneut, ein militärischer Sieg ist weiterhin möglich, er ist nur nicht zwangsläufig. Das Ziel für die Ukraine muss allerdings sein, als unabhängiger Staat in Sicherheit eine Zukunft zu haben. Natürlich, ein Verlust von Territorium ist eine Niederlage, aber eine, die auch andere Völker und Staaten zuvor bereits überstanden haben. Finnland ist sicherlich das prominenteste Beispiel, dass ein Land nicht nur einen, sondern gleich zwei Kriege in Folge gegen Moskau verlieren kann und dennoch als freier, unabhängiger Staat daraus hervorgehen konnte. Im Winterkrieg leisteten die Finnen so viel Widerstand, dass sie nicht nur eine Marionettenregierung verhindern, sondern auch mit verhältnismäßig geringen territorialen Verlusten davon kamen. Für Beobachter von außen haben die horrenden sowjetischen Verluste 1939-40 sogar fast wie ein Sieg Finnlands ausgesehen. Im Fortsetzungskrieg an der Seite Deutschlands warf Finnland die sowjetischen Truppen weit zurück, um dann an der Seite Deutschlands in die Niederlage zu marschieren. Doch hier war es einerseits die Zurückhaltung der Finnen 1941-1944 nicht zu gierig nach Russland vorzustoßen, andererseits sicher auch die blutige Erfahrung mit finnischen Truppen aus dem Winterkrieg, die Finnland einen glimpflichen Ausgang ermöglichten. In der Folge konnte Finnland einen demokratischen Staat aufbauen, der sich neben der übermächtigen Sowjetunion als kapitalistisches und pluralistisches System etablierte. Der einzige Preis, den Finnland zahlen musste, war die Finnlandisierung. Es unterließ eine Außenpolitik, die Moskau provozieren würde. Während es sein Militär gleichzeitig voll auf eine Abwehr der Sowjetunion ausrichtete, sollte diese dennoch wieder angreifen. Nun, 80 Jahre später, ist Finnland Teil von NATO und EU. Bevor über eine dauerhafte Lösung, die keine Kapitulation der Ukraine ist, überhaupt debattiert wird, muss klar sein, dass die Russen zunächst einmal gestoppt werden müssen. Russland will die Ukraine dominieren aus historischen, kulturellen und geostrategischen Gründen. In der nordeuropäischen Tiefebene gelegen ist die blanke Existenz einer nicht-russischen oder nicht-russisch kontrollierten Ukraine eine strategische Bedrohung Russlands, da erste geografische Hürden für eine Invasionsstreitmacht erst an den Karpaten sind. Hier unterscheidet sich die Ukraine von Finnland, dass für eine Invasion Russlands bestenfalls die karelische Landenge als Invasionsachse hat und diese fiel mit der finnischen Niederlage an die Sowjetunion. Wenn die Ukraine also nicht kapitulieren soll, so muss sie mit ihrer militärischen Gegenwehr russische Territorialgewinne zunächst minimieren und die Russen stoppen und das nachhaltig. Dann muss Kiew den Russen mit westlicher Waffenhilfe vermitteln, dass eine zu große Gier keinen Sinn ergibt, wie es den Finnen 1940 und 1944 gelungen ist. Das wäre eine absolute Conditio sine qua non für einen Frieden, der zwischen einer Unterwerfung der Ukraine oder ihrem vollständigen Sieg ist. Unter dem Eindruck eines, wenn es sein muss, kämpfen wir auch weiter und das wird euch leid tun, wird die Ukraine dann nicht an Zugeständnissen vorbeikommen. Aber es kann sie in Grenzen halten. Wie von Klausewitz geschrieben hat, Krieg ist die Politik mit anderen Mitteln. Ein politisches Ziel, nein, das politische Ziel der ukrainischen Regierung muss sein, ihrem Volk ein Leben in Freiheit und Sicherheit zu ermöglichen, was nur ohne ein Leben unter dem Moskauer Joch möglich ist. Die Frage, wo die Grenzen des Landes sind, ist dabei natürlich nicht unwichtig, aber kann kaum die alles entscheidende Frage sein. Nach zwei Jahren Krieg wären für die meisten Ukrainer territoriale Verluste, aber Freiheit die vermutlich deutlich bevorzugte Reval gegenüber territorialer Integrität als Putins Marionette, wenn das die einzigen beiden Alternativen wären. Wie also könnte die Ukraine sich absichern, was bräuchte sie? Für eine wirtschaftliche Zukunft wird sie Seehäfen brauchen, eine Aufgabe von Odessa wird also nicht vertretbar sein. Wesentliche ukrainische Exporte sind Stückgut, das wirtschaftlich nur per Schiff handelbar ist. Ohne eigenen Seehafen steigen die Transportkosten zu weit oder es entsteht eine Abhängigkeit von Russland, die dem Ziel einer sicheren und freien Ukraine widersprechen würde. Für sein Volk wird ein wichtiger Punkt sein, dass Russland ukrainische Staatsbürger ausreisen und in den ukrainisch verbliebenen Teil des Landes umziehen lässt, damit das Land seine Bürger vor den Filtrierungen und Folterkammern schützen kann. Um die Freiheit des Landes zu ermöglichen, wird die Ukraine das demokratische System behalten und eine russische Einmischung verhindern müssen und um seine Freiheit zu ermöglichen, muss das Land, wenn es kein Bündnis bekommt, bis an die Zähne bewaffnet bleiben. Wäre also eine NATO-Mitgliedschaft eine Lösung? Während einige Mitglieder der NATO die Ukraine so schnell wie möglich einladen wollen und sogar Theorien einer Teilmitgliedschaft nur der unbesetzten Teile vorgeschlagen wird, ist die NATO-Mitgliedschaft doch realistischerweise eine Schimäre, bis Russland seine Ambitionen aufgegeben hat. Wichtig wäre zunächst, dass das Kämpfen endet. Dass die Ukraine ohne ein Ruhender Waffen beitreten kann, ist komplett illusorisch. Hierzu muss allerdings sichergestellt werden, dass der Waffenstillstand bzw. Frieden nicht mit einer totalen Niederlage der Ukraine endet. Für Russland gibt es keinen Grund für ernsthafte Verhandlungen, solange das Kriegsglück sich nicht entschieden gegen Moskau gewendet hat und die Heimatfront den anhaltenden Krieg weiter mitmacht. Vorstellungen, die Ukraine könnte in die NATO aufgenommen werden, solange ein noch ungelöster Konflikt mit Russland schwelt, sind schlicht absurd. Eine eingefrorene Front kann jederzeit auftauen. Eine Ukraine, die Anspruch auf dann von Russland gehaltene Gebiete erhebt, droht ebenfalls jederzeit einen neuen Konflikt auszulösen. Ein nur für das ukrainisch gehaltene Gebiet geltender Artikel 5 ist ebenfalls keine Lösung, da er a Russland zu einem erneuten Losschlagen vor der Ratifizierung bringen könnte oder b die Ukraine zumindest theoretisch zu einer Provokation eines neuen Konfliktes verleiten könnte, um dann mit NATO-Hilfe ihr Territorium zurückzuerlangen. Das Risiko ist in beiden Fällen zu hoch, als dass ein ukrainischer Beitritt Realität werden könnte. Es mag etwas Vergleichbares in Westdeutschland gegolten haben, aber hier waren NATO-Truppen bereits vor Ort. Der Konflikt zwischen beiden deutschen Staaten war nicht militärisch geführt und Deutschland wäre zwangsläufig ohnehin ein Kriegsort gewesen, der zudem die Westgrenze und damit den wahrscheinlichen Kriegsschauplatz von den bestehenden NATO-Mitgliedern nach Osten verschob. Ein NATO-Westdeutschland änderte für die NATO also nichts, außer, dass hunderttausende deutsche Soldaten zusätzlich mitgekämpft hätten. Es ist daher schlicht unrealistisch zu glauben, dass jedes einzelne Mitglied der NATO einem Beitritt der Ukraine zustimmen wird, solange Russland das Land erobern will und über Kernwaffen verfügt. Einstimmigkeit ist aber eine Notwendigkeit für einen Beitritt. Letztendlich ist ja die Frage, ist eine Mitgliedschaft der Ukraine das Risiko eines Atomkrieges wert? Zu glauben, dass jeder einzelne Staat hierauf mit Ja antwortet, ist lächerlich. Wenn eine NATO-Mitgliedschaft nicht die Lösung ist, wie kann die Ukraine dann ihre Zukunft sichern? Grundsätzlich gibt es zwei Optionen. Option 1 wäre, dass sich andere, ausreichend mächtige Staaten finden, die bilaterale Verteidigungsabkommen mit der Ukraine schließen. Ohne NATO-Mitgliedschaft müssten sich also Staaten finden, die ratifizierte Beistandsversprechen abschließen wollen. Der wahrscheinlichste Kandidat sind die USA. Alternativ wäre ein Bündnis europäischer Staaten denkbar, da kein europäischer Staat aktuell stark genug ist, um Russland alleine abzuschrecken. Ob sich aber beispielsweise Frankreich, Großbritannien, Polen, Tschechien und das Baltikum dazu verpflichten wollen, zwingend in einen Krieg gegen Russland zu ziehen, weil dieses die Grenzen wieder einmal verschieben will, scheint unwahrscheinlich. Die USA haben dagegen ein Verteidigungsbündnis mit Japan. Und während die USA Japan beschützen, braucht Japan seinerseits keine Militärhilfe bei einem Krieg der USA zu leisten. Dass in der aktuellen Situation ein solches Bündnis jedoch durch den US-Kongress geht, egal welche der beiden Parteien eine Mehrheit hat, scheint sehr, sehr unwahrscheinlich zu sein. Eine Ukraine, die keinen militärischen Sieg mehr erzielt und die keine Chance auf NATO-Mitgliedschaft oder bilaterales Bündnis mit den USA sieht, wird als bestmöglichen Ausgang eine finnische Situation haben. Wie Finnland 1944 kann eine finlandisierte Ukraine als freiheitlicher Staat nach territorialen Verlusten überleben, wenn es mit seinen Waffen die Russen von der Idee einer Unterwerfung abgebracht hat. Um das zu erreichen, wird die Ukraine allerdings zunächst die russischen Pläne militärisch durchkreuzen müssen, was dringend westliche Hilfe benötigt. Erst wenn Russlands Kosten-Nutzen-Rechnung zu Ungunsten weiterer territorialer Eroberungen ausgeht, kann die Ukraine einen Frieden suchen, der eine Kapitulation vermeidet. Nur das Vermeiden derselben wird ihr aber eine eigenständige Außen- und Innenpolitik ermöglichen, die zwingend auch eine militärische Komponente erfordert. Ihre Außenpolitik kann, wie die finnische im Kalten Krieg, provestlich sein, allerdings tunlichst eine Provokation Russlands vermeiden. Eine finlandisierte Ukraine wird sich auf eine wirtschaftliche Stärkung konzentrieren müssen, gleichzeitig aber wie ein Stachelschwein, den großen russischen Bären von weiteren Versuchen abhalten müssen. Dazu muss sie in Friedensverhandlungen erreichen, dass militärische Beschränkungen über die Stationierung fremder Truppen hinaus vermieden werden. Sollte Russland sich durchsetzen können und die Ukraine, wie in den Verhandlungen 2022 geplant, auf ein Militär mit nur 85.000 Soldaten beschränken, dass sich zudem keine Waffen im Ausland kaufen darf, so wäre die Ukraine effektiv ein Marionettenstaat. Das wäre nach den Erfahrungen des Krieges völlig inakzeptabel. Nur wenn die Ukraine stark genug ist und stark genug sein wird, um künftige Invasionen Russlands abzuschrecken, wird das Land eine Zukunft haben. Völlig egal, ob Donetsk, Sevastopol oder Luhansk dann ukrainische Städte sind oder nicht. Nur wenn die Ukraine für ein Militär sorgen kann, das Russland von weiteren Raubzügen abhält, wurde wenigstens die strategische Niederlage vermieden. Dazu, für das Erreichen dieses Minimalziels, wird jedoch noch viel mehr westliche Hilfe nötig sein, zusammen mit festen Zusagen für die Zukunft. Russland ist davon überzeugt, dass es den längeren Atem hat. Selbst wenn seine Pläne zwischenzeitlich durchkreuzt werden, wie 2022, wird es keinen Grund sehen, seine weitreichenden Pläne einer Unterwerfung der Ukraine aufzugeben. Diese gibt es erst dann auf, wenn es gestoppt wurde und weitere garantierte Waffenhilfen ein erneutes Vorrücken auch nach ein paar Jahren Geduld unrealistisch machen. Hier wird der Westen mit glaubhaft verpflichtenden Bestellungen gefordert sein, wenn er schon keinen ukrainischen Sieg mit großen Waffenbestellungen ermöglichen will. Ob dies Realität werden kann, werden wir dann sehen müssen. Wenn auch Sie über Ihre Familiengeschichte bei MyHeritage lernen wollen, nutzen Sie doch einfach den Link in der Beschreibung. Mit meinem Link erhalten Sie 14 Tage Probeabo gratis. Glauben Sie, die Ukraine wird sich noch auf dem Schlachtfeld durchsetzen können? Oder glauben Sie, dass das von mir skizzierte Szenario der inzwischen bestmögliche Ausgang ist? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie ihm doch einen Daumen hoch. Das hilft wirklich mit dem Algorithmus, um YouTube zu sagen, dass es eben gut war. Und wenn Sie neu sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, können Sie über die Mittel in der Beschreibung. Herzlichen Dank. Das war es soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. An dieser Stelle auch noch mein Dankeschön an die Unterstützer über YouTube-Mitgliedschaften wie auch auf Patreon. Im Besonderen gilt mein Dankeschön den Patreon-Leutnanten Steffen, Badass-Lawyer Andreas Donath, Dr. Knut Brandes und Dekon Jo. Vielen lieben Dank. Ohne Sie wäre das so nicht möglich. Warum nicht stört? Untertitelung des ZDF, 2020